Mein Name ist Hauptmann Christoph Böhringer. Ich bin Kompaniekommandant der 1. Panzerkompanie, Panzerbataillon 14 aus Wels in Oberösterreich. Als Kompaniekommandant bin ich verantwortlich für 19 Kampfpanzer Leopard 2A4 sowie derzeit 77 Soldaten. An meinem Beruf taugt mir insbesondere das Ausbilden und Führen von Soldaten aller Dienstgrade, das Arbeiten mit unserem Waffensystem, den Kampfpanzer Leopard 2A4 sowie generell die Tätigkeit als Kampftruppenoffizier des österreichischen Bundesheers.